Ich möchte euch erzählen, Akzeptanz ist ja in der Einladung gestanden. Bei mir gab es im privaten Bereich ein ganz schwieriges Erlebnis Ende letzten Jahres. Das möchte ich am Anfang kurz schildern, wie mir dann die Lehre von Thai und insbesondere die Akzeptanz, ebenso ein Schlüssel, da unheimlich viel geholfen hat. Danach habe ich mich auch noch näher damit beschäftigt. Und so im zweiten Teil möchte ich dann eben auch Dinge euch an die Hand geben, die mir geholfen haben, vielleicht euch auch helfen, einfach die Akzeptanz in sich selber zu fördern und sich immer wieder daran zu erinnern und einfach so als Hilfsmittel dienen. Ja, als erstes die Ausgangslage, also diese schwierige Situation. Manche kennen es schon aus den Gesprächsrunden. Letztes Jahr ist eben eine mir nahestehende Person in die psychiatrische Klinik eingewiesen worden. Und das kam wie aus heitern Himmel, weil er war im letzten Semester vom Studium, im Masterstudium sogar. Man dachte, jetzt läuft alles so seinen Weg. Und ganz plötzlich war es eben ganz anders. Und es hat sich herausgestellt, er hat über zweieinhalb Jahre Cannabis genommen, wo alle Welt sagt, das ist ja so harmlos, da kann ja nichts passieren. Und das hat aber Verfolgungswahn ausgelöst. Ja, und ich erzähle das auch ganz bewusst immer wieder, um dem ein bisschen ein Gegengewicht zu setzen, wenn alle Welt und auch im Internet, wenn man guckt, überall liest, wie harmlos dieses Zeug ist. Also ich kann nur davor warnen. Und auch diese Psychologin, die hat gar nicht rumgedruckst, die hat gesagt, eindeutig, das ist die Ursache und das ist die Folge. Also wenn man Verwandte, Enkel, Kinder, was auch immer hat, und die erzählen einem so davon, da gibt es viele, die sagen, ja, kein Thema. Also es ist ein Thema. Ja, für mich selber war das erst einmal ein sehr großer Schock, für seine Mutter natürlich auch. Ja, die erste Zeit konnte ich mich gar nicht mehr richtig konzentrieren. In der Arbeit war ich ziemlich aufgelöst und auch so. Und ja, Edith hatte mir dann einen Tipp gegeben, so zum Thema Drogen und was sie schon den Kindern im Kindergarten beibringen, ist das Stichwort Resilienz. Und damit habe ich mich ein bisschen beschäftigt, habe gesehen, da gibt es ja überraschend viele Überschneidungen mit unserer Lehre, mit Buddhas Lehre. Eben speziell die Akzeptanz ist da so ein Thema. Erzähle ich da nachher noch ein bisschen. Habe dann, ja, im Wesentlichen praktiziert, was wir von Thai so kennen, und von Thai-Vap an insbesondere. Also Meditation mit Stopping, wie er immer sagt, also erst anhalten, beruhigen. Und das war wirklich erst einmal eine Herausforderung, weil ich war so richtig aufgewühlt. Vor allem die Wut war extrem stark, weil ich habe ja seit langen Jahren Unterhalt bezahlt. Und Kollegen haben mich auch damit aufgezogen, die haben gesagt, ja, du hast das jetzt zweieinhalb Jahre bezahlt mit deinem Geld. Habe ich gesagt, ja, stimmt. Also da war die Wut unheimlich stark. Und ja, wenn die Wut eben so groß ist, das ist ganz anders als jetzt, wenn ich so ruhig darüber rede, aber da, die hat mir erst direkt mal wirklich die Kehle abgeschnürt und die war ganz stark. Das hat mich also ganz schön gebeutelt. Und da war also dieses Stopping die erste Übung. Und das Zweite, was Thai-Vap An immer sagt, Deep Looking, also tiefes Schauen. Das alleine ist schon ein Thema, was ist das eigentlich ganz genau und wie macht man das? Ich habe dann zumindest eins erkannt dann für mich, was quasi so die Ursache war von dieser Wut, und dass ich da eben eine bestimmte Vorstellung gehabt habe, wie eben die Dinge so verlaufen sollen. Und die Realität hat einfach nicht mit diesen Vorstellungen übereingestimmt. Und immer wenn die Gedanken da vorbeigekommen sind, da ist diese Wut und dieser Ärger wieder angefacht worden. Ja, und dann, so über nach und nach, also das war auch nicht ein Schnippen, sondern das hat sich über mehrere Wochen weggezogen, dass ich dann immer mehr die Lage einfach annehmen konnte, so wie sie war. Ja, gemerkt habe, wie ich dann innerlich freier wäre. Die Wut ist zurückgegangen und hat sich sogar direkt eine ganz starke oder noch stärkere Liebe dann daraus entwickelt. Ja, und seitdem bin ich einmal nicht mehr dankbar dafür, dass mir die Lehre so geholfen hat. Ich möchte es auch gern weitergeben, eben speziell in diesem Zusammenhang. Und ja, und bin auch dabei, immer mehr diese Dinge anzuwenden. Eben speziell die Akzeptanz, das Annehmen als Schlüssel. Und dann noch gewisse andere Dinge, die ich dann jetzt noch erzählen werde. Ja, als erstes möchte ich ein bisschen euch über diese Resilienz erzählen. Ich habe das Wort damals von Edith auch das erste Mal gehört. Da habe ich mir verschiedene Dinge angeschaut im Internet. Wikipedia ist ja eine schöne Quelle. Aber was mir so am besten gefallen hat, das war dieses Buch. Heißt Resilienz, das Geheimnis der psychischen Widerstandskraft von Christina Berndt. Ich habe es mir als Hörbuch besorgt. Das sind vier CDs, gibt es aber auch als preiswertes Taschenbuch. War mal auf der Bestsellerliste vom Spiegel. Von der Spiegel-Bestsellerliste. Und ich kann wirklich bestätigen, das ist also recht interessant und gut gemacht auch. Und da habe ich ein paar Zitate, die möchte ich gern vorlesen. Was ist Resilienz eigentlich und wodurch zeichnet sich die aus? Und da heißt es unter anderem aus Definition, Resilienz ist die Fähigkeit, sich selbst wieder in das innere Gleichgewicht zu bringen und es auch zu halten. Resiliente Menschen gehen gestärkt aus Krisensituationen heraus. Es gibt auch oft dieses Bild von einem Stehaufmännchen, der umgeschubst wird. Es kippt um das Stehaufmännchen. Aber eben, wie der Name schon sagt, es kann sich selber wieder aufrichten. Und ein anderes Bild, das man oft findet, ist auch dieser Bambus. Es gibt auch das Bambus-Prinzip, findet man im Internet, der quasi auch. Er steht, aber wenn da so ein Orkansturm kommt, so ein tropischer Sturm, er legt sich nieder. Und wenn der Sturm vorbei ist, kann er sich wieder aufrichten. Und das ist schon mal ein generelles Kennzeichen, was auch vielleicht auch vor falschen Vorstellungen hilft. Wenn man oft so hört, so im Buddhismus, so ein buddhistisch Praktizierender, den kann nichts umwerfen und egal was kommt. Und er steht wie so ein Fels in der Brandung. Das ist nicht gemeint. Sondern eher wie dieser Bambus. Jetzt passt der auch, Thai kommt ja aus, wird ein Arm, da wächst recht viel von diesem Bambus. Klar, wenn der Sturm recht stark ist, dann biegt es den halt einmal um und vielleicht verliert er auch ein paar Blätter. Aber hinterher, wenn der Sturm vorbei ist, kann er sich ja wieder aufrichten. Ja, diese Resilienz ist übrigens ganz interessant. Das ist am Ende des letzten Jahrhunderts, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber da hat man erstmals in der Psychologie angefangen, sich nicht nur mit Krankheiten zu beschäftigen, sondern man hat einmal geschaut, was macht eigentlich gesunde Menschen aus. Und da gab es so eine Untersuchung auf einer der Inseln von Hawaii, wo die Eingeborenen in recht schwierigen Verhältnissen leben. Also hohe Arbeitslosigkeit, große Armut, viel Alkoholkonsum. Die Kinder wachsen da teilweise verwahrlost auf und haben dann selber auch die Probleme, sind auch arbeitslos, recht viele und Alkohol. Aber einem Psychologen ist dann aufgefallen, aber nicht alle Kinder geraten in den Strudel rein. Es gibt so einen kleinen Prozentsatz, die trotz dieser widrigen Umstände trotzdem ein glückliches Leben führen können. Und der hat dann Untersuchungen gemacht, über mehrere Generationen sogar weg, die Kinder begleitet, ich glaube über 40 Jahre oder so, und dann viele, viele Daten ganz wissenschaftlich gesammelt. Und er hat dann die Ursache auf, oder sieben Ursachen, oder sieben Bestandteile rausgearbeitet, die eben hilfreich sind dabei. Und das heißt dann hier, die sieben Säulen der Resilienz. Und dazu heißt es auch, die Resilienzforschung beschreibt die innere Stärke eines Menschen mit sieben aufeinander bezogenen und voneinander abhängigen Bereichen. Jeder dieser einzelnen Bereiche ist wichtig und gehört zum Ganzen. Also allein das hat mich schon groß ans Intersein erinnert. Und dann die sieben Bereiche ist Optimismus, Akzeptanz, Lösungsorientierung, Opferrolle verlassen, Verantwortung übernehmen, Netzwerke aufbauen und Zukunft planen. Die vier edlen Wahrheiten jetzt denn? Die stecken da drin, ja, da möchte ich da da einiges erzählen. Ja, und speziell die Akzeptanz, also das ist ja jetzt das Thema, da möchte ich jetzt mehr drauf eingehen, auch wenn die anderen Sachen noch so interessant sind. Zwei Zitate noch dazu. Die Fähigkeit zur Akzeptanz ist für die Verarbeitung von Krisen eine unbedingte Voraussetzung. Erst nachdem die Tatsachen als solche akzeptiert worden sind, besteht auch eine gute Chance, die nächsten Schritte zu gehen. Das kommt von einem Karsten Mölk. Ja, und allein der Satz, der hat mich dann schon auch sehr stark an die erste edle Wahrheit erinnert. Ja, die sagt ja für mich genau das, es heißt ja nicht nur Leben ist Leiden, wie es manchmal so ein bisschen fälschlicherweise abgekürzt wird, sondern für mich ist genau das Wesentliche von der ersten edlen Wahrheit anzuerkennen, da ist Leiden. Das Leiden zu erkennen erst einmal, nicht abstreiten, nur nö, mir geht es ja gut oder so, sondern wirklich zu erkennen und auch bewusst anzunehmen. Und das war für mich also tatsächlich der Schlüssel, wie ich das machen konnte, dann war das wie so ein Dammbruch, wo die anderen Schritte dann von selber gekommen sind. Aber dieses Annehmen, das hat es einfach gebraucht. Und ein zweites Zitat passt da noch recht gut dazu. Kurzfristig wirken Vermeidungsstrategien. Also eben dieses, nö, nö, mir geht es ja gut und nicht wahrhaben wollen. Die wirken kurzfristig, dauerhaft sind sie jedoch selten erfolgreich und die unangenehme Situation tritt immer wieder auf. Langfristig ist es notwendig, unangenehme Gefühle und Gedanken zu akzeptieren und sich mit ihnen bewusst auseinanderzusetzen. Das Zitat kommt von einer Renate Rechner. Habe ich auch im Internet gefunden, Resilienz.at. Also da ist unglaublich viel zu finden mittlerweile. Ganz spannende Sache. Ja und bei mir war es eben genau das, dieses bewusste Auseinandersetzen. Wie ich schon gesagt habe, das Akzeptieren, das war der erste Schritt. Aber dann zu diesem Erkennen, diesem tiefen Schauen zu kommen, dass es da diese Vorstellung gab von mir und die ich unbedingt erreichen wollte, der Schritt, der wäre gar nicht möglich gewesen ohne die Akzeptanz vorher. Ja, im Folgenden möchte ich, wie schon gesagt, diesen Werkzeugkasten, den ich mir so zusammengesucht habe, mit euch teilen. Also so Dinge, teilweise nur ganz kleine Zitate und Sprüche, teilweise dann ein bisschen anspruchsvoller. Aber einfach Mittel, um diese Akzeptanz in einem zu fördern. Und natürlich war das erste, quasi so das Standardwerk, wenn man sagt, erste edle Wahrheit oder überhaupt die ersten edlen Wahrheiten, da gibt es ja dieses tolle Buch von Thay. Das ist so etwas wie das Grundkompendium, sage ich mal, das Nachschlagewerk. Das Herz von Buddhas Lehre. Und da wird so von Anfang, von vorne bis hinten, werden so diese ganzen verschiedenen buddhistischen Konzepte und Begriffe, die es so gibt, die werden da nacheinander erklärt. Und wir haben das in der Münchner Sangha, ich glaube schon zweimal gelesen am Montag. Und auch jetzt, wie ich wieder reingeschaut habe, da entdecke ich immer wieder neue Sachen drin, also die richtige Schatzkuruge. Apropos, kleiner Hinweis noch zu den Büchern, also weil heute der Thomas nicht da ist, hat er mir zwar Prospekte und so mitgegeben, Bücher gibt es heute leider keine zum Kaufen, aber er hat gesagt, das nächste Mal am Tag der Achtsamkeit ist wieder wie gewohnt, sind sie dabei. Also das Buch hier, da gibt es vieles drüber, vielleicht auch nur ganz kurz den Satz, möchte ich euch vorlesen, den Teil dazu schreibt, zu der ersten edlen Wahrheit. Die erste edle Wahrheit ist die Wahrheit vom Leiden, Dukka. Die Grundbedeutung des chinesischen Schriftzeichen für Leidens ist bitter. Glück ist süß, Leiden ist bitter. Wir alle leiden in gewissem Umfang. Wir alle spüren zuweilen ein gewisses Unwohlsein in unserem Körper oder Geist. Es ist wichtig zu erkennen, dass dieses Leiden existiert und es zu akzeptieren und zu berühren. Um dies zu tun, brauchen wir vermutlich die Hilfe eines Lehrers oder einer Lehrerin und einer Sanghas. Wir brauchen Gefährten und Gefährtinnen auf dem Übungsweg. Ja, und auch den letzten Satz kann ich wirklich so unterstreichen und unterstützen. Mir hat das damals unheimlich gut getan, in der Sangha darüber zu sprechen, entweder am Montag oder auch hier in den kleinen Gesprächsrunden. Allein schon das zu teilen, das hilft einfach. Und man weiß, man ist nicht alleine da. Da gibt es Leute, die einem zuhören und die Anteil daran nehmen. Ja, das ist die erste edle Wahrheit, das Leiden annehmen. Und wie es auch heißt, das ist der erste Schritt. Es gibt ja dann die zweite edle Wahrheit, die dann heißt, die Ursachen zu erforschen. Ursachen zu erforschen, da gibt es ein bisschen weiter in dem Buch. Es gibt so einen kleinen Leitfaden, den könnte man sich direkt irgendwo auf einen Zettel schreiben und so neben seinem Meditationsplatz hängen. Das ist so direkt so ein Leitfaden, nicht für die Meditation, aber fast schon fürs ganze Leben. Und zwar sind das fünf Schritte sogar. Und die fünf Schritte, die sind erkennen, akzeptieren, umarmen, tief schauen und verstehen. Ja, und erkennen, wie wir gerade schon gehört haben, ist überhaupt einmal das Leiden zu erkennen. Nein, da ist Leiden und nicht abschieben wollen. Ja, dann das zweite eben, das Akzeptieren. Und da war für mich auch ganz wichtig, dass das zwei Aspekte hat. Einmal das Akzeptieren im Außen, dass die äußere Situation, also diese Krankheit, die ist so und ich nehme sie an, diese Situation. Und dann aber auch der zweite Teil, der zweite Aspekt in mir drinnen, dass da diese Wut in mir ist, diese Anspannung, das Leiden in mir drin, auch das zu akzeptieren. Und die gehen so Hand in Hand. Also in dem Moment, wo ich das in mir akzeptiert habe, konnte ich auch leichter die Krankheit akzeptieren und auch wieder andersrum. Also das ist so selbstverstärkend. Und vielleicht bei der Gelegenheit auch noch eine kleine Definition oder Abgrenzung, Unterscheidung, die ich in Wikipedia gefunden habe. Da ist so zwischen Duldung und Akzeptanz, was da eigentlich der Unterschied ist. Und vielleicht ist das auch so eine kleine Gefahr, wo man reinrutschen kann, wenn man sagt, ich muss jetzt akzeptieren. Wenn man so die Zähne aufeinander beißt, wie es auch manchmal heißt, das ist dann eher diese Richtung Duldung. Und da heißt es auch, Duldung ist, naja, man, zähneknirschend nimmt man die Lage hin, so wie es ist. Das ist nicht gemeint mit Akzeptanz. Im Gegenteil, Akzeptanz, so schreiben die da, ist sogar das Bejahende annehmen. Und das ist schon ein ganz wichtiger Unterschied, weil in dem Moment, wenn ich das so zähneknirschend dulde, gibt es Spannung in einem. Energie kann nicht fließen und irgendwo äußert sich das dann. Also wenn man das spürt in einem, darum ist dieses Anhalten und Reinspüren recht wichtig, dann gleich Achtung, Obacht, nein, so nicht. Sondern akzeptieren, liebevolles annehmen, wie es auch in der Meditation vorgekommen ist. Ja, umarmen ist dann der dritte Schritt. Da gibt es auch eine schöne geführte Meditation von Thayvabhan, die er vor ein paar Jahren mit uns gemacht hat, wo man sogar wirklich in der Meditation sich körperlich mit den Armen selber umarmt. Und natürlich ist mir auch die GfK dazu eingefallen, die sogenannte gewaltfreie Kommunikation. Da gibt es das Stichwort Selbstempathie. Und das ist mir damals, wie ich die Kurse besucht habe bei der Petra, ein bisschen schwer gefallen zum Verstehen. Aber so mittlerweile und gerade in der Situation habe ich es dann wirklich erleben können, wie gut einem das tut, sich selber diese Selbstempathie zu geben. Und ich habe da auch für mich selber was entwickelt, so ein kleiner Trick. Das Umarmen ist auch schon mal gut. Aber was ich da mache, ich spüre als erstes, wo ich so dieses Gefühl oder diese Anspannung im Körper spüre. Das war bei mir damals so in der Bereich, also so im Herzbereich, Herz-Lunge da, so ein krampfartiges. Und dann stelle ich mir vor, ich würde die Hände im Körper um diese Stelle legen. So wie mit den Händen zu umarmen. Man braucht ein bisschen Vorstellungskraft dafür, aber ich spüre dann sofort dieses erleichternde Gefühl. Es wird leichter dann. Vielleicht probiert ihr es einfach mal aus. Ja, das war das Umarmen. Dann das nächste Tiefschauen. Da habe ich dann ganz zum Schluss noch ein paar interessante Hinweise zum Thema Manas. Vielleicht jetzt mal nur so weit, als ist eben nicht das Nachdenken gemeint, also nicht das analytische Nachdenken. Wichtiger ist entspannt sein und in sich rein spüren. Es ist ein bisschen schwierig zu erklären, muss man am besten auch ausprobieren. Also eben nicht logisch, analytisch eins nach dem anderen und Fakten sammeln und so. Und ich habe es probiert, aber bin da nicht weitergekommen. Das hängt auch zusammen mit dem fünften Schritt dann, Verstehen. Und am Anfang habe ich Teil auch so ein bisschen missverstanden beim Thema Verstehen. Ich habe auch gemeint, es geht darum, wirklich analytisch die Dinge auch zu verstehen. Und bei dieser Krankheit war es so, war es fast offensichtlich, wie sogar die Ärzte gesagt haben, nach Wochen und Monaten sogar, wir können noch nicht einmal eine genaue Diagnose stellen. Und das hat mich als Laien so erschüttert fast schon. Wenn man sonst zum Arzt geht und schildert den seine Symptome, dann irgendwann sagt er Diagnose so und so und dann Medikamente oder Therapie und gut ist es. Und wenn die Medikamente verschreiben und so rumprobieren, mehr oder weniger, und nicht einmal die Ärzte in die Diagnose stellen, wie kann ich als Laie dann das verstehen? Warum hat er diese Krankheit gekriegt? Warum hat er die jetzt gekriegt? Warum hat sie sich so ausgewirkt? Warum musste er diese Drogen nehmen? Bin ich schuld? Was ist meine Schuld daran? Und wenn ich da versuchen wollte, das wirklich zu verstehen bis ins Letzte, da würde ich heute noch sitzen und wäre immer noch verzweifelt. Aber ihr seht ja schon, dass ich jetzt nicht mehr verzweifelt bin. Ja, und in dem Punkt war so der Durchbruch bei mir, dass ich erkannt habe oder zumindest Teil so interpretiert, dass ihm eben um das Verstehen vom Leiden in mir selber geht. Zu verstehen, warum leide ich? Und einmal ist das eine Frage, das kann mir sowieso ein anderer Arzt schwer abnehmen, und dann kann halt ich selber am besten in mich selber reinschauen. Und bei mir war dann im Wesentlichen eben dieser Punkt, diese Vorstellung, die ich mir gemacht habe von seinem Leben und wie es sein sollte und dass die Wirklichkeit eben ganz anders ist. Und hinterher habe ich noch an vielen Stellen gemerkt, das war nicht das Einzige, sondern es gibt so viele Situationen, das geht los bei der roten Ampel, wenn man sich vorstellt, ich muss jetzt da eine grüne Welle haben und stehe dann doch an der roten Ampel oder ich will da unten parken und auf einmal ist da ein Halteverbot. Also nebenbei, wer da unten sein Auto stehen hat, in dem kleinen Fleckchen, da darf man nur noch zwei Stunden stehen und dann kommt die Polizei und schleppt ab. Ja, wenn man eine Vorstellung hat, das muss doch hier möglich sein und die Realität ist einfach anders, dann ist da genau diese Spannung da und die Realität ändert sich einfach nicht so leicht. Ja, und da ist es eben unheimlich wirksam, diese Vorstellung erst einmal zu erkennen. Ah, das ist nur eine Vorstellung von mir, oder es ist eine Vorstellung von mir, sagen wir mal so. Und da gibt es was in mir, das diese Vorstellung geschaffen hat und ich kann die Vorstellung aber auch wieder loslassen. Und das ist das schöne Befreiende daran, wenn man diese Vorstellung dann loslassen kann. Und mir ist es dann eben so gegangen, das war so wie eine richtige Befreiung. Ja, als nächstes habe ich jetzt ein paar so kleinere Dinge, die man sich so zur Erinnerung mitnehmen kann. Sati, die sogenannte Achtsamkeit, heißt ja merken, dieses auch wieder erkennen, das was schiefläuft und dann immer wieder daran erinnern. Und natürlich der erste Spruch, der mir dazu eingefallen ist, ist der Spruch von Karl Schmid oder dieses Wort Aiwei. Und wie ich hier das erste Mal in der Gruppe war, da hat es immer so geheißen, ja Aiwei, Aiwei. Da dachte ich, ja, das wäre eben so ein chinesisches Wort, so wie Wuwei oder so ähnlich. Aiwei. Bis dann so langsam durchgesickert ist. Das ist eine Abkürzung. Es ist, wie es ist. Ja, und das Schöne ist eben, weil das so ein kurzes Wort ist, das kann man sich auch gegenseitig so sagen und zurufen, Aiwei und sich daran erinnern. Wenn man das oft genug gehört hat, dann kommt das so ganz von selber, wenn man so merkt, da ist was und man ist in dieser Anspendung drin. Es ist so heiß wie jetzt, ja, wäre es doch schön, wenn es kühler wäre oder würde das Gewitter doch kommen. Aiwei. Natürlich auch, das kann man nicht oft genug erwähnen, eben wieder in die Richtung nicht erdulden und sagen, ja, ich muss die Hitze jetzt erdulden und man kann nichts machen. Ja, man kann in Ruhe dann darüber nachdenken, als zweiten Schritt kann man die Fenster aufmachen, kann man lüften, kann man sie vielleicht, wenn es schlimmer wäre, auch wieder schließen. Aber ich glaube, die Sonne hat ein bisschen nachgelassen. Auch kann auch Mann sich luftig anziehen oder auch die braune Jacke weglassen. Also heute habe ich mal die braune Jacke. Genau, ich habe sie auch dabei, aber nicht an. Ich glaube nicht, dass das Teil irgendwie hilft, wenn wir uns jetzt hier einen abschwitzen. Also immer als zweiten Schritt durchaus was tun. Und das Schöne ist, wenn man diesen ersten Schritt bewusst macht, kriegt man eben auch die Freiheit, dass man dann in Ruhe darüber nachdenken kann, was kann ich denn tun in der momentanen Lage. Und das aus einer entspannten Haltung aus. Ja, dann einen zweiten Spruch gibt es von einem anderen Karl, das ist der Karl Riedl vom Interseinzentrum. Der hat diese Redewendung, da ist. Also da ist Leiden, da ist Wut, da ist Hitze, da ist kein Parkplatz, was auch immer. Und das wirkt auch in so Situationen, wie wenn man in der S-Bahn fährt und da war gerade ein Fußballspiel aus und da kommen so die gröelnden Fußballfans rein und feiern so ihren Sieg vor ihrer Mannschaft. Und man sträubt sich so, man kommt vielleicht gerade heim vom Tag der Achtsamkeit und ist so ruhig und ganz heilig schon, der Heiligenschein ist schon hier am Strahlen. und man ärgert sich, warum die Leute da so grölen. Und da ist es schon eine schöne kleine Hilfe, sich zu sagen, da ist Freude. Diese Menschen haben Freude. Ihre Mannschaft, die hat gesiegt, sie freuen sich. Ja, okay, und es ist doch was Schönes, wenn Freude in der Welt ist. Thay sagt immer wieder, wir sollen die Samen der Freude gießen. Ich selber muss ja nicht mitgrölen oder müssen Schall umbinden oder so. Aber da anzuerkennen, auch wieder zu akzeptieren, auch wenn mir das egal ist, welche Fußballmannschaft gewinnt, aber da ist Freude. Und wir sind ja alle miteinander verbunden. Intersein wirkt überall. Ja, und vielleicht kann man sich sogar ein bisschen mitfreuen. Da ist Freude in der Welt. Ist ja was Schönes. Ja, da ist. Ja, als nächstes hätte ich auch wieder einen kurzen Text. Den habe ich im Internet gefunden. Ist von einer Christina Feldmann. Und da geht es los. Weisheit ist eine Art zu sein und zu sehen. Inmitten von Freude und Angst. Lust und Schmerz. Die tief verwurzelt ist im Verständnis der Leerheit. Und so ein bisschen umgewandelt auf unsere Sprache könnte man sagen, statt Weisheit auch Senn oder Erwachen oder Befreiung ist eine Art zu sein und zu sehen. Inmitten von Freude und Angst. Lust und Schmerz. Die tief verwurzelt ist im Verständnis des Intersein. Und für mich war besonders dieser mittlere Teil, diese Freude und Angst, diese Gegensätze, Lust und Schmerz, ja auch wieder ganz was Positives oder ganz was Negatives. und da einfach zu sein, auch wenn man merkt, ja da ist jetzt gerade Schmerz in einem, auch wieder das anzunehmen, ja da ist Schmerz. Und später auch mal wieder, ja da ist Freude. Und auch wenn es ihm schlecht geht, darf es auch im Moment auch mir mal gut gehen. Das ist auch erlaubt. Dann hätte ich noch so einen fünften kleinen Text. Den hatte ich auch mal auf eine Geburtstagskarte geschrieben, auf eine selber gemachte. Ich wünsche dir, den Mut zu ändern, was du ändern kannst, die Geduld hinzunehmen, was du nicht ändern kannst, die Weisheit zwischen beiden zu unterscheiden. Und der hat mir vor Jahren schon gefallen, dieser Satz, und jetzt immer mehr, weil da ist im Prinzip alles drin, was ich bisher auch schon so erzählt habe. Die Geduld hinzunehmen, also akzeptieren, was man nicht ändern kann. Wenn die Krankheit erst einmal da ist, bei dieser Person, dann ist das erst einmal so. und ich kultiviere die Geduld, das Akzeptieren. Aber auch, es gibt andere Dinge, die ich vielleicht ändern kann, wo es ein bisschen Mut braucht, eine gewisse Anstrengung. Im edlen Achtfaden Pfad gibt es ja auch diese rechte Anstrengung. Also was man ändern kann, durchaus zu ändern. Und entscheidend ist dann natürlich, die Weisheit zwischen beiden zu unterscheiden. Weil wenn man Dinge, die man partout nicht ändern kann, wie ein Stier gegen die Mauer läuft und sie einrennen will, da holt man sich nur einen blutigen Kopf und es geht einfach nicht. Ja, und dazu gehört die Weisheit. Und die gute Botschaft ist, bei allem, was wir hier tun, tun wir genau diese Weisheit auf viele Arten wässern. und bewegen uns langsam in die Richtung. Aber rein so als Spruch zur Erinnerung ist das einfach sehr empfehlenswert und mir gefällt es. Als letztes von diesen Sprüchen oder Zitaten, bevor ich dann noch zu dem Thema Manas komme, gibt es noch einen Text, den wir von Marlene schon sehr aufgehört haben. Und zwar der Text bezieht sich im Wesentlichen da drauf, wenn man glaubt oder wenn man die Probleme mit sich selber hat. Wenn man der Meinung ist, man selber ist nicht so, wie man eigentlich sein sollte und ist damit unzufrieden. Du bist wundervoll, so wie du bist. Versuche nicht, jemand anderes zu sein. Das, wonach du suchst, ist bereits da, in dir. Es liegt nicht außerhalb deiner selbst. Du bist bereits, was du werden möchtest. Und du bist wundervoll, so wie du bist. Du musst daher nicht in die Zukunft gehen, um zu werden, was du sein willst. Alles, wonach du suchst, ist schon da, im Hier und Jetzt. Sogar das Königreich Gottes, deine Erleuchtung, liegt genau hier. Das wahre Tor zur Befreiung ist Absichtslosigkeit. Ich genieße den Text jedes Mal, wenn ich ihn lese und entdecke auch immer wieder ein paar andere Aspekte da drin. Es ist ein Zitat von Thay. Ja, beinhaltet eben auch das, sich selber zu akzeptieren, so wie man ist. Im Hier und Jetzt ganz wichtig, zu spüren, was ist jetzt. Das ist nicht nur in die Zukunft wichtig, auch in die Vergangenheit, wie ich mir damals gefragt habe, ja, hätte ich vielleicht damals irgendwas anders machen sollen. Da kann man grübeln und kann sich zermartern. Es hilft nichts. Man kann das jetzt, das kann man verändern. Ich kann feststellen, da ist grübeln, da ist leiden, kann mich umarmen, mir selbst Empathie geben. Jetzt, da kann ich was machen. Die Vergangenheit kann ich nicht mehr ändern. Ja, und ganz besonders, und das ist dann die Überleitung auch zu meinem letzten Punkt, dieser Satz, das wahre Tor zur Befreiung ist Absichtslosigkeit. Und, ja, wie es mir damals oder letztes Jahr eben so schlecht gegangen ist, habe ich gemerkt, ja, diese Absichtslosigkeit, die ist zwar vom Wort her scheinbar ganz was anderes wie Akzeptanz, aber von der Bedeutung ist es quasi genau auf der gleichen Linie. Das Gegenteil von Absichtslosigkeit ist, ich habe eine ganz bestimmte Absicht oder einen Wunsch oder bei mir die Vorstellung, wie was sein soll, wie was werden soll, und ich will alles draufsetzen, um das so durchzudrücken. Und die andere Geisteshaltung ist diese entspannte, lockere Geisteshaltung, zu sagen, ich nehme die Dinge erst einmal an, so wie sie sind, schaue auf die Ursachen, schaue dazu auch auf die Möglichkeiten, die ich habe, sie zu verändern und tue dann aus einer entspannten, ruhigen Haltung die Dinge ändern, die ich ändern kann. Ja, und dann sind wir auch schon bei dem letzten spannenden Thema, wo ich relativ kurz quasi berichten möchte darüber, soweit es möglich ist, eben des Manus, dieses, ja, wie mir das damals so klar geworden ist, dieses, da gibt es eine Vorstellung und ich will die unbedingt erreichen, habe ich natürlich mich auf die Suche begeben und bin auf das Buch hier gestoßen, Aus Angst wird Mut, untertitel Grundlagen buddhistischer Psychologie. Es liegt schon länger bei mir im Bücherschrank, aber ich habe noch nie so den Zugang gefunden. Es ist so ziemlich das anspruchsvollste Werk, das es so gibt von Thai, aber unheimlich wertvoll, es ist ein ganz toller Schatz und insbesondere hat er da diesen Begriff Manas, hat er da sehr anschaulich erklärt. Ich habe versucht, irgendwie so Zitate zu finden, aber es ist nicht so die eine Stelle, die man jetzt durchliest und da sagt man, ah, ist alles klar, sondern das ist über mehrere Kapitel verteilt und im Rahmen der Zeit auch und, ja, und überhaupt, möchte ich quasi nur ganz kurz euch so einen Eindruck zu geben und vielleicht auch ein bisschen Appetit wecken, euch näher damit zu beschäftigen. Im Wesentlichen sind das einmal so die, der Aufbau von dem eigenen Geist, also viele haben schon gehört von Speicherbewusstsein, wo Thay recht gerne erzählt, wo die Samen drin sind und man sagt, aus einem dieser Samen entsteht dieses Manas und ich würde es ganz bewusst nicht übersetzen, weil das führt nur zu Verwirrungen, also Ego ist es eben nicht ganz genau und dieses Manas, das erschafft aus einem anderen Samen das Bild von einem Selbst und greift dann diesen Samen und das ist so dieses Vorgehen, diese Eigenschaft von dem Manas, der tut nach Dingen greifen und will haben, der will haben, dadurch passt es mit dem Egoismus, also haben wollen, aber auch mit der Gier, Gier, Hass und Verblendung sind ja die drei Geistesgifte und das Manas unterscheidet, es will haben oder es will unangenehme Dinge weg haben und es gibt eine ständige Spannung, alle Dinge, die ihr so mitkriegt, werden immer in zwei Kategorien unterteilt, haben wollen und weg haben wollen und wenn es vielleicht noch eine dritte Kategorie gibt, dann ist das Gleichgültigkeit und da haben wir heute auch in der Meditation gehört, das ist auch nicht förderlich. Ja, das ist einmal diese Eigenschaft von Manas, die Besonderheit ist aber, dass das Manas entsteht aus dem Speicherbewusstsein und das Wachbewusstsein oder Geistbewusstsein, wie Tai das in dem Buch nennt, basiert wiederum auf dem Manas. Und darum schreibt Tai auch nach einigen Kapiteln, man soll jetzt nicht glauben, das Manas ist jetzt was Schlechtes und das muss man vernichten und auslöschen, so wie man oft den Spruch hört, drop your ego oder vernichte dein Ego oder so, da so ein Stück aus sich rausschneiden, sondern sagt er, ganz im Gegenteil, das ist es nicht, weil auf diesen Manas baut dann auf unser Geistbewusstsein und was er uns an die Hand legt, ist einmal mehr das Transformieren, so wie der berühmte Kompost transformiert wird in Blumenerde und daraus wieder eine Rose wachsen kann, so kann man auch dieses Manas verwandeln. Ja und bei mir war das eben dieses Manas, das sich diese Vorstellung geschnappt hat, wie es sein soll, da Studium und zack und guter Job und Geld verdienen und diese Vorstellung, die hat es festgehalten. Und in dem Moment, wo von außen dann die Bilder gekommen sind, und nein, so ist das nicht, dann kämpft das Manas. Mit dem Manas, da kann man schlecht reden oder verhandeln, das ist wie so ein kleines Kind, das schreit einfach und will haben. Und Hai gibt dann, das ist dann der tröstliche Rat oder der freudigstimmende Rat, was man tun kann, weil man das Manas eben weder weghaben soll, noch ist es schwierig, direktes anzugehen. Er sagt, die positiven Samen wässern. Und einmal mehr die Achtsamkeit. Er sagt, allein wenn man schon achtsames Atmen und achtsames Gehen üben, dann tun wir positive Samen in unserem Speicherbewusstsein wässern. Und dann wird dieses Manas und vor allem dieses Ergreifen an diesem Bild, das es sich geschaffen hat, die werden dann immer schwächer. Und das Schöne ist dann, dass dieses Manas, dass es dann frei wird. Weil in dem Moment, wo es etwas ergreift, da gibt es ja auch den Spruch, lass los und hast beide Hände frei, dann kann das Manas, das kann dann sich anderen Dingen widmen. Und er sagt eben, das ist tatsächlich für die Befreiung, für die Erleuchtung, oder wie man auch das nehmen mag, ist das sogar ganz, ganz wichtig, dieses Manas. Und dass das frei ist, dass das seine Energie nutzen kann, um das Geistbewusstsein zu fördern und frei mit seinem Geist umgehen kann. Ich würde sagen, so weit einmal in aller Kürze über das Manas. Genau, wir hören dann, doch, eins wollte ich noch kurz darauf eingehen, so als kleine Übung, die einem da so helfen kann, auch dabei. Und da habe ich auch vor kurzem erst den Tipp gekriegt, vom Robert aus Murnau. Das war ja auch mein Mentor bei den 14-Achtsamkeitsübungen. Und der hat mir einen Lehrer neu gelegt. Da gibt es ja, oder da habe ich mir dieses Buch hier geauft. Der heißt Ramana Maharshi. Das ist ein Inder. Der hat so in seiner Jugend so ganz plötzlich so eine Art Erleuchtungserlebnis gekriegt, wo er so, ich würde einmal salopp sagen, das Intersein erkannt hat. Also, wenn man das so liest, also teilweise in weiten Abschnitten, das hätte genauso von Thai sein können. Also, es ist scheinbar wirklich so eine universelle Wahrheit, die viele Menschen einfach erkennen können, dieses Intersein. Und was er so seinen Schülern auf den Weg gegeben hat, ist eine Frage, die man wie so ein Koan benutzen kann. Und die Frage ist ganz simpel. Wer bin ich? Hat sich vielleicht der eine oder der andere schon mal gestellt, diese Frage. Und da gibt es auch ein Video, wo ein Schüler von Ramana Maharshi das so demonstriert, wie er das mit einem, also der ist dann jetzt auch Lehrer geworden, ich weiß leider den Namen nicht, aber wird so demonstriert, wie er mit einem Schüler spricht und der Schüler schildert so sein Leid und er fragt immer weiter, so wenn der so sein Leid schildert, wer ist es, der da leidet? Ja, und Ding, und die arme Dame, die windet sich so direkt, da kriegt man schon fast Mitleid mit ihr, weil es sind Fragen, da findet man so keine Antwort, keine logisch-analytische Antwort. Wer ist es, der da leidet? Wenn sie sagt, ich leide, weil ich mir das und das wünsche, dann fragt er weiter, und wer ist es, der sich das wünscht? Ja, und so geht es von einem zum nächsten. Und ich habe das jetzt so die letzten Wochen an mir selber ausprobiert. Immer wenn sich so dieses Manas regt und so dieses ergreifen will oder irgendwas weghaben will, stelle ich mir so die Frage, wer ist es, wer ist es, der sich jetzt an der Hitze stört oder der müde ist? Wer ist es, der müde ist? Wer ist es, der jetzt unbedingt was haben will? Und möchte ich euch gern noch so als Abschluss an die Hand geben, wer bin ich in all seinen Variationen, das mal so als Übung mitzunehmen. Und vielleicht könnt ihr mir mal erzählen, wie es euch so gegangen ist dabei. Bis zum nächsten Mal, Vielen Dank.